Es gibt Fragen, die beschäftigen uns immer wieder. War die erste Mondlandung wirklich echt? War die Titanic-Katastrophe wirklich ein Attentat? Der letzten Frage ging der Journalist und Buchautor Gerhard Wisniewski nach. Viele werden ihn von seinen Jahresrückblicken verheimlicht, vertuscht, vergessen, kennen. Vor genau 100 Jahren, also am 15. April 1912, sank im Nordatlantik auf der Überfahrt nach New York der Luxusliner Titanic, angeblich nach dem Zusammenprall mit einem Eisberg. Seit 100 Jahren wird der Tod von 1500 Menschen als tragisches Unglück und eine einmalige Verkettung unglücklicher Umstände dargestellt. Doch ist das wirklich so? Bei seinen akribischen Recherchen über die Titanic-Katastrophe stießt der Bestseller-Autor Gerhard Wisniewski auf faszinierende Hintergründe und Zusammenhänge, die nur einen Schluss zulassen. Der Untergang der Titanic war kein Unglück, sondern ein Attentat. Ob es wirklich so ist? Vielleicht wird man es nie erfahren oder zugeben. Eben wie die erste Mondlandung auch. Das Titanic-Attentat von Gerhard Wisniewski erschien bei Knauer.